Wenn du derzeit im letzten Schuljahr bist und nach einem Ausbildungsplatz suchst, dann komm doch zur EWW-Gruppe und starte deine Lehre bei uns in Wels. Auf dich wartet eine abwechslungsreiche und spannende Lehrzeit. Du durchläufst viele Stationen und Bereiche im Unternehmen und hast zudem die Möglichkeit, spannende zusätzliche Fortbildungseingebote zu nutzen. Damit wollen wir deine persönlichen Stärken individuell fördern und dich auf dem Weg zur zukünftigen Fachkraft tatkräftig unterstützen. Mit einem Lehrabschluss bei der EWW-Gruppe steht deiner erfolgreichen Karriere nichts mehr im Weg.